und ist rot oder grün oder blau ok nee alles weiß soll ich den dicken töten aber den könnte man hier für gebrauchen wenn das noch länger dauert dann können wir gleich warten ja 3 2 1 jetzt hier noch ein paar will keiner ausreden und ich will ergebnisse sehen sehen würde ich die ergebnisse kannst du den dicken da weg springen und okay weißt ja mein motto ist immer nur ein toter mit was hast du denn da drauf gesprungen worten ich bin hier der boss hier ist noch ein dicker dann nicht mal bumm der dicke lebt ja da unten immer noch nicht mehr erlebt er hat die arschbacken zusammengekniffen er schwabbelte zum letzten mal ja sein sag war eine maßanfertigung munition wäre man nicht mal gucken ob ich den buck hier wieder hinkriege ja matthias komm mal bitte her was denn ob du das siehst ich glaube du siehst das ich bin hier im dach auf dem dach warte graben sind da oben hoch die kommen auf uns zu richten nordosten glaube ich nordwesten so ich bin hier ja ja sind die feinde da nordwesten sind die feinde wieso trifft er mich auch wieso trifft er mich auch oh na klasse matthias was ist los mit dir heute ich will es auch nicht zu nichts zu gebrauchen äh was hast du denn nein was hat der für eine kd morder eine 1,4 3 2 1 jetzt das ist falsch geh rein da ja einer ist schon hier der ist schon sehr nah dran einer ist auf 345 ziemlich nah der war in den häusern schon soll sie ballern damit diese römer Children, Vitaly Oh, ich hasse es. Ich weiß gar nicht, warum oben Fallen sind, wenn unten das Bounty ist. Du kannst doch die andere Seite runtergehen, die andere Treppe. Du kannst doch selber einsperren da oben, oder? Du musst ja nicht diese Seite runter oder hochgehen. Hier habe ich nämlich noch alles aufnehmen lassen, hier. Ich sehe nur Kopf und Treppe. Treppe, nicht den Kopf. Wie geht das? Ich sehe gar nichts. Ja, ich habe ihn getroffen, aber nicht den Kopf. Hier ist schon einer vor meiner Tür, Alter. Ja, komm runter, komm runter. Der ist weggerannt. Aber endlich kann der da eigentlich sein, hier. Der war hier, war der. Ach so. Da kommen noch welche durchs Wasser, oder? Mhm, einer auf jeden Fall. Einer ist tot. Und, nein. Einen nicht angehittet. Der ist draußen. Da kommt einer. Der muss... Der will wiederbeleben. Boah, einer ist schon drin, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, da war wieder eine Falle, Alter. Ich spring rein. Oh, oh, Karsten, du hast tatsächlich einen gebraucht. Karsten! Was? Du hast einen umgebracht durch die Falle. Ach echt, ja? Ja. Also, die sind One-Shot. Zwei sind auf jeden Fall schon gestorben. Die Weiße. Und noch ein anderer. Aber... Ich hab's versucht, erst mal Matthias Raid aufzureden. Die liegt doch draußen. Ja, Pascal. Da ist zwei drinnen. Wiederbelebt die? Ja. Wurde wiederbelebt. Oh, oh. Die nicht. Boah, du feller Typ! Da ist die drauf, Karsten! Halt dich, halt dich, halt dich. Halt dich! Die andere ist auch One-Shot. Ja, jetzt wurde die andere draußen wiederbelebt. Ich lebe dich auch wieder. Was auch, sind wieder zwei, ne? Karsten! Ach, der kommt gleich. Ich heil mich schnell. Ja. Einer ist rechts auf der Tresen. Scheiße! Hab ich ja gesehen. Da war er drinnen. Da war er drinnen. Sehr schön. Leib dir bei deinen Doppelleutigen. Deine Doppelleutigen! Schön. Kann doch einer leben, ne? Ja. Wie er nochmal an die Falle gefallen ist, dort. Ja. Die Perle fehlt, diese Monoperle da. Wie heißt die denn, diese... Wie nennt man die nochmal? Warte mal, ich nehm mal eben auf, halt. Dann werden wir ja sehen, was Sache ist. So, ich dreh mich mal eben mal. Ja, hinten. Oh, die kommen. 270 Grad. Vier Mann. Hier unten. Mit da. Dann sind das drei. Dann sind drei tot. Dann hebt mir hier mal Waffen auf, wenn er braucht. Boah, ich bin sowas von One-Shot, ey. Für 100 Leben hab ich nur. Was hat die für ne Waffe gehabt? Komm, Börsch. Haha, schön. Herzlichen Glückwunsch. Wär ich mal drin geblieben, ich Vogel. Kannst mich ruhig wiederbeleben. Mach zu, wiederbeleb mich. Oh. Oh. Du bist da selber. Ja, hau ab da. Karl, Matthias, hau ab. Jetzt ist Nebel da. Jetzt kannst du versuchen. Nein, das ist schon wieder nicht. Aber hier ist eine Entdeckung dann. Ja, ich bin tot. One-Shot. Entdeckung. Ich bin der leise tot, okay? Ja, ich bin der leise tot, okay? Hier, wollt ihr looten? Lootet doch. Gerade andere Sorgen. Ja, klar. Weil das Zeug kriegt man eh nicht heil raus, wenn wir hier tot sind. Ja, ich guck mal, wo die sind. Mhm. Ich bin aber auch One-Shot. Wir müssen aber runter. Unten ist das Bounty, sonst nehmen die sich das. Also, zwei sind Südwesten und der andere ist 300 Grad. Aber alle außen. Mhm. So. Das müssen wir an der Tür stellen. Die Fallen müssen wir an der Tür stellen und nicht hier draußen. übernehmen. Sägele wieder. Oh. Das istvaganzös. Oh. 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 wir sind so dicht daran alle zusammen oder einzeln einzeln bodem hast kein sicht mehr wahrscheinlich durch die gardinen hier schießen zu leicht das sind ja bloß applikationen ja dann funzel zu leicht und wo sind die jetzt ich sehe das ja gerade und dann 240 grad ungefähr zwei leute jetzt sind sie rüber gerannt sind weder auf 240 und in das auf 270 60 meter ach ich habe ja selber sich das hier fällt mir auf ganz vergessen einer ist auf 150 komm nicht ran wir warten ja ich weiß schon klar aber ich kann nicht raus gucken mit 50 leben ich nein wie das denn der idiot ich hab den einen reingeschmettert aber ich weiß nicht ob ich dich da auch wiederbeleben eigentlich lag ich in der ecke also bin war ich in der ecke gegangen der ist auf 135 gelaufen der ist da hinten richtung 90 grad ich bin schon tot ich auch nur ein schuss damit ich muss abhauen wie willst du denn hingehen einfach rausgehen hallo lasst uns gehen da können die bonis haben aber wir haben die bonis ihr müsst nicht los töten da hinten ist einer gerannt bei 120 hinterm haus matthias du bist aber du willst es wissen wie soll ich in der ecke sitzen ja weiß ich nicht wenn du zum heiler rauskommst oder so ach guck einmal wir sind alle drei hier auf 90 bis 120 135 komm nicht ran natürlich nicht wenn du kellen willst geh doch einfach raus und umkreist die und ich glaube ich habe keine sicht mehr ich weiß nicht wo die sind alle von 90 außerdem habe ich einen bonis hier oben die wissen jetzt genau wo ich dann bin ich sage hier auch matthias ach ja matthias ja er ist der einzige ohne bonis genau der schwarzer hat schon wieder einen hit guck niemals zweimal an der gleichen stelle das hat die dinger nicht ausmachen kann die sind jetzt nicht bei dir irgendwo kann sein richtung 90 grad dicht die stehen hier vorm hinterm zaun ja sag mal ist einer eine leiter hochgekommen nee ich meine auf 30 habe ich einen mit leiter gehört nee die sind alle 105 bis 135 also mir kommt es auch so vor als würde einer der leiter hochgeklettert sein ich habe mal die werte aufgenommen my friends ja oder wie das mal wenn sie es lesen können warum kann ich nichts wieder machen weiß ich nicht hat den erwischt dann ihn oder was kann sein dass ich ihn erwischt habe da warte mal achten zombie ich bin dann in der leiter hochgeklettert sein und ich bin dann in der leiter hochgeklettert sein Einer auf 90, einer auf 150 zirka. Wo hast du den getötet, Carsten? Da liegt er unten hinten am Zaun. Bei 60 liegt er hinten am Zaun, das war ein schwarzer, oder? Der Hike dahinten irgendeinen Anja hätte zumindest, dann sehe ich ihn nicht mehr. Ey, du hast einen, der hat mit der Granate eingetötet. Ja, der Hike hier unten, hier irgendwo. Ja, ja, die liegt da. Da, genau. Kann man die abrennen? Scheiße, jetzt hat er mich erwischt, ich habe ihn zwar auch erwischt. Warte, ich will warten, bis er noch hinrennt und ihn retzt. Ja, der hat eine Mosinagant, naja, ist er besser. Jede Waffe da. Geh im jeden Fall rein. Boah, Matthias, du hast dich was getraut, lecker mio. Du bist ein ganzer Kerl. Ich freue mich, auch mal was. Wie viel Raum? Der hat eine Mosinagant. Ja, ich will One-Shot, egal mit Waffe der Waffe. Spielt eigentlich keine Rolle. Aber da wurde einer wiederbelebt, meine ich. Naja, der ist weg. Ja. Karsten kann eigentlich wiederbelebt werden, glaube ich. Ich glaube, die sind hier oben. Mach mal schnell. Boah, Karsten sieht doch nix. Musst ja sehen. Sag mal Ruhe. Hier ist einer oben. Was ist das? Ja, hier oben einer direkt. Hat glatt nen Headshot gekriegt. Ich wollte ihn erschießen, ey. Geiler Schieb, ey. Schön. Lass mich doch auch mal... Karsten! Nicht Sicht machen! Hau ab! Geh weg, Karsten! Ja, ich hab die Scheiße an, weil die Taste hier drückt. Boah, Karsten! Das stimmt! Was machst du, Karsten, wenn ich wegen dir sterben, ne? Das gibt's... Boah, ey! Steht auf und guckt erst mal mit der Sicht an! Ne, ich hatte ja eine falsche Taste hier. Haben wir ne Lampe hier? Scheiße! Schade! Den Typen abfacke ich. Aber warte, ich hab ne Bombe. Den brenn ich an. Ja, der ist drauf. War hier Heilung gewesen? Ne, ne? Ich seh nix. Aber ich kann nicht hier heilen. Komm her, ich heile dich. Ne, ich hab doch eins halten nur noch. Ich kann eh nix mehr damit anfangen. Achso, ja, das stimmt. Wenn einer braucht... Welche Nummer bist du? Ach da. Ja, dann mach den mal. Wie viel brauchst du denn? Na, einmal über. Kleiner. Liegt der unten, oder was? Ich hab mal oben nicht gesehen auf dem Dach. Außerdem schießt da einer. Ja. Hinten am Haus. Komm schon, komm schon. Aber hier unten kann man nicht raus. Sind Fallen. Sind wieder drei da. Einer auf 150. Hier unten circa. Okay. Und einer auf 225. Und der andere ist auf 75 hinter den Häusern. Also der war sehr nah. Der war im Prinzip am Haus. Okay. 225? Ja, aber das weiß ich nicht. Das war... Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen ruhiger sein. Dann könnte man das vielleicht hören. Mach mal Ausgrad bitte, Carsten. Hier ist einer unten. Leo, das bist du, oder? Nee, da war einer. Nee, da war einer. Er hat nen Hit. Nee, auf unserer Seite mein ich. Er war direkt an der Tür. 225 ist einer. Scheiß, ich bin runtergefallen. Da kommst du ja nicht drin. Warte. Ach, da bist du. Okay. Einer ist jetzt hier vorne. 240 Grad. Genau. Ich versuch die mal zu triggern irgendwie. Scheiße. Das hätte der Headshot sein können. Jetzt trau ich mich da nicht mehr dran. Nee. Auf 255 rechts neben dem Haus ist jemand. Sparer gerade. Aber nicht einer hingehen, der One-Shot ist. Mhm. Du kannst ruhig, Carsten. Naja, aber... Bringt nicht viel. Kann sein, dass ein anderes Team noch kommt. Ja, auf Nickel in Höhen. Genau. Also bleibt mal schön drinnen hier. Dann seid ihr safe. Ich bin ja... Ich wundere mich ja, dass ich ja immer noch lebe, ne? Oder hauen die ab? Oh, wo hat er eh gewesen? 255? Ja, ja. Ich guck noch mal. Keiner mehr hier. Wir können rein theoretisch abhauen. Die sind da... Also bei Prüssen höre ich was. Vielleicht wollen sie uns auch nur raus hier locken. Aber das wäre unsere einzige Legenheit. Komm, wir hauen einfach ab. Let's go. Ja, wenn ich rüber springe, bin ich Mause. Ja, da muss doch passen. Da ist doch der Dings hier auf diese... Treppenländer, ne? Vielleicht denken... Ja, weil die wurden ja auch schon zweimal getötet oder so. Und dann schon oft angehittet. Boah, da soll ich nochmal hier alle rauskommen. Dann machst du noch nicht draußen. Ja, wir gehen durchs Feld hier. Querbeet. Mich tötet alles. Selbst wenn der Flieger sich auf meine Schulter ablehnt. Zack. Scheiße, Hunde. Oh, oh. Ich werde sterben. Oh. Ein Glück noch geschafft. Ich hatte jetzt irgendwie ein Déjà-vu. Oh, ich hoffe, wir schaffen das. Oh, nochmal Hunde. Oh. Hatte ich, Kling. Ja, aber... Noch. Oh, ich hoffe, es kommt jetzt keiner. Ich verstecke mich bitte da oben. Carsten, äh, Matthias auch. Wir verstecken uns. Ja. Carsten, du musst drinbleiben. Du bist der Einzige, der überleben kann. Ich bin weg. Ich komme mit Terror. Hast du noch ein paar Sekunden mehr, ne? Ich habe gar nichts mehr. Wir sind gleich raus. Keine... Ich glaube, ich habe bloß zwei. Ich habe bloß vier. Bis zum nächsten Mal.